Hallo und herzlich willkommen zurück bei Conan und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Doch, keine. Ähm, wir sind immer noch auf der Insel. Ja, haben gedacht, wir bauen jetzt erstmal was, ne? Ja, ich bin mir grad zwirn, um mir so ein Säckchen hier zu holen. So ein Arten-Schläckchen. Äh, was wollte ich noch herstellen? Das wollte ich herstellen. Drop. Und das. Drop. Und das. Und das. 50 Steine. Ja, drop. 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 Wir haben in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen weiter gesammelt. Ich mach mir jetzt ein Faserbett. Drop. War du herstellen? Ja, genau. Ich mach mir jetzt gleich noch ein Faserbett. Das dauert noch eine Weile bis alles so... Was soll ich hier trocken und aufnehmen? Alter! Bleiben die Säcke da stehen? Ja, ich hoff es. Ich hab da jetzt das ganze Zeug rein, was wir gesammelt haben. Warte mal. Ich kann's dir gleich sagen, ob die... Ja, bleib mir stehen. Ich mach jetzt hier erstmal ein bisschen Platz. Geht das auch weg? Ja. Ich würd vielleicht nicht alle Bäume wegmachen. Dass vielleicht nicht jeder gleich sieht, dass hier jemand haust. Du kannst übrigens dann auch so Kisten craften für deine Sachen und so, gell? Ja. Warte mal. Ich guck mal, ob ich das lernen kann. Weil das wär dann ganz praktisch. Nein, ich würd keinen lernen. Irgendwie eine Kiste. Holzkiste. Ja, kann ich. Zack. Schließen. Wie geht das mit euch? 100 Holz. Ich muss das mal gucken. Hast du 100 Holz? Ich muss den Beutel. Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Rezepte lernen. Sandsteinrahmen. Mir fehlt genau zwei Holz. Willst du mich verarschen? Und jetzt trage ich auch noch zu viel. Das wären. Also, dann machen wir jetzt mal hier. Und... Was ist jetzt hier drin? Steinmetz Schlerling 2. Ja, Steinmetz. Cool, ich kann jetzt Wände. Warte. Warte. Äh... Erlernen. Was war das denn? Ich kann theoretisch Kisten, wenn ich noch zwei Holz krieg. Wo krieg ich noch zwei Holz? In meinem... In meinem Ding hier ist Holz. Nein, nein, das hab ich schon rausgenommen. Ah. Hast du nicht grad Holz geschlagen? Warte mal, warte mal. Holz, hier. Holz. Ja, ich hab Holz eben geschlagen. Bitteschön. Das heißt, im zweiten Sack. Ich brauch Holz und... Mach ich das jetzt? Holz. 24. Ach, scheiße, ich hab doch die Steine. Wo sind die denn? So. Äh, E. Hallo? E. Und 14 Zwirn. Äh, ich mach mal hier die Steine mit. Zwirn herstellen. Äh, ich mach mal hier die Steine mit. So, jetzt, ähm, E. Herstellen. Ah, ich mach mal hier die Steine mit. Ah, jetzt hab ich endlich meine Axt. Aber ich brauch noch mehr Steine. Wir müssen auf jeden Fall Steine kloppen. Ich hab Steine abgelegt. Okay. Soll ich jetzt erstmal ein paar Wände bauen? Ich hab Steine... Ich glaub hier... In... In... In den da. Ich leg hier Steine rein, okay? Also keine Steine. Hier 100 Stück hab ich... Ja. Wieso kann ich keine Objekte da platzieren? Du musst es ablegen und dann geht es, glaub ich, automatisch rein. Ja. Ich glaub auch. Ich hab 100 Steine getroppt. Ah, hier sind auch noch Steine. Oh, leg mir eine Leiche schon vor. Ich bin zwischendurch immer schon wieder gestorben. An Durst. Ganz unspektakulär. Ich brauch wieder Pflanzenfasern, weil ich grad so viel Zwirn herstelle. So, ich, äh, weiß jetzt einfach mal... Oh, jetzt kann ich mich nicht bewegen! Was kann man denn hier? Ja, dann schmeiß doch mal die Steine hier weg. Boah, braucht es lange, um das drück herzustellen? Wieso denn? Äh, wo ist jetzt auch hier? Wir dürfen bloß die ganzen Säcke nicht aus den Augen verlieren. Ja. Ich hoffe, der Scheiße wächst hier alles nach. Ich glaub schon. Ich hab nicht vorher schon mal alles weggetan, glaub ich. Wenn wir genügend Energie haben, dann holen wir uns die Männer auf der anderen Seite. Das lass ich hier nicht mit mir machen. Hab ich das gekriegt? Oh, da ist schon wieder so einer. Ich hab nur die Steinde und die da... Ja, das sieht doch mal gut aus hier. Was haben wir denn hier? Alles Blümmern. So. Ich baue uns jetzt hier erstmal ne Hütte. Ja, genau. Mach das mal. Ich mach's was mit Kisten und sowas. Aber die stellen wir dann am besten in die... Ja. Dauert eh noch ne Weile bis ich es herstellen kann. Das dauert grad sehr lang alles irgendwie, es herzustellen. Das riech ich nicht, wenn ich das wegschlag. Scheinbar nichts. Ach gut, warte. Bäume. Hier fliegt Bäume. Aber man kann... Hilfe, hier fliegen Bäume. Man kann aber... Man kann aber nicht von denen getötet werden, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen hab. Weil mir ist einer direkt über die Birne gerollt. Okay, das ist ja gut. Ich hör doch irgendjemanden schreien. Ich weiß nicht. Ich steh jetzt in meinen Sachen, die ich jetzt... Ich dass hier gleich irgendjemand kommt und uns angreift. Ah, das bist du. Oh Gott. So, und wie kann ich die jetzt... Wo sind die jetzt, die Sachen, die ich her... Nee, Quatsch. Nimm das wieder auf, hier. Madonna. Take, take all. Ich frag mich, wie man Samen pflanzen kann. Fragen über Fragen, meine... Probier's einfach mal aus. Vier. Ich kann's also nicht ausrüsten. Okay, so auf jeden Fall nicht. Äh, Split... Nein. Ah, drei. Ah, ja. Okay. Der Verdammten. Wir sind im Land der Verdammten übrigens. So steht das da. Wie verlockend. Warum geht das nicht? Was geht denn damit tun? Ich wollte jetzt hier die Wand... äh... ...instellen. Ah, ich brauch erst Boden. Shit. Ich brauch erst Boden. Ich brauch erst Boden. Sandsteinsäcke. Oh, das ist noch ein bisschen kompliziert hier. Oh, jetzt dauert das wieder ewig. Wo war denn jetzt das, wo man was erlernen kann? Äh... 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 Attribute. Was würd ich ihn jetzt? Ich hab doch irgendwann Monika gehabt. Was? Wo ist das? Auf E und dann? Zustand? Nee, aufsteigen? Auch nicht. Ah, Rezepte lernen. Genau. In der Mitte. So. Ich brauche Boden. Heilblöcke. Steindecke. Aber ich brauch... Steinfundament. Dann wird's ja wahrscheinlich das Steinfundament sein. Wahrscheinlich, ja. Ich brauch Stein und Stock. Ich hab keine Steine. Irgendwo waren noch Steine. Ja. Ich hab doch vorher welche getroppt. Ah, hier sind... Ist das hier drin? Ich kann auch wieder welche sammeln gehen. So ist es nicht. Das war, glaub ich, hier irgendwo. Hab ich doch noch einen Beutel weggenommen. Ah, wo ist das denn? Egal. Ich klopp jetzt einfach noch mal welche um. Bumps. Ich bin schon wieder... Bumps. Oh, ich carry too much. Oh, ist ja schlimm. Ich dropp die Steine einfach direkt neben mir hin. Hier, komm mal hier. Hier ist das Säckchen. Ich hab ja noch ganz viel Holz. Hier ist das Säckchen. Ich dropp ich jetzt auch. Warte. Ja, ich hab jetzt eben was. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Oh, da ist schon wieder so ein Dickmops. Ah. Was geht mit dir? Ja. Ja. Ich carry wieder too much. Ach, ist ja schrecklich. Hallo? Wieso kann ich... Wieso... Hallo? Du hast doch grad getroppt. Wieso trage ich jetzt immer noch zu viel? Kann doch gar nicht sein. So. Die Wände sind jetzt fern... Äh... Der Boden ist jetzt fertig. Wo ist der jetzt? Meine Fresse. Mädchen, du kannst echt gar nichts tragen. Bei den Steinen liegt eine Tasche voller Steine. Lass ihn schießen, Viech. Ah, ich hab doch hier auch eben was... Ah, da ist er. Mein Beutelchen. Zack. Zack. So, jetzt muss ich hier wieder was herstellen. Das ist ein bisschen nervig. Was ist das? Ein Eisen... Ich hab Eisensteine. Geil. Ja, cool. Kriegst du, wenn du Steine schlägst. Ganz normal. Was macht mein Essen? Ich sollte mal was essen und was trinken? Ja, aber was... Was kann ich denn trinken? Wir haben nichts zum Trinken. Nein. Deswegen warte ich also drauf, dass ich mir meinen... meinen Trinkschlauch herstellen kann. Aber ich brauch noch... Zehn. Was brauchst du denn? Hä, warte mal. Ich hab doch Zehn hergestellt. Wieso kann ich das nicht herstellen? Zwirn. 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 Doch, das kannst du herstellen. Da werden dazu drei Dinger... Drei Pflanzen. Wie drei? Nee, ich hab bei mir abgedichterte Trinkschlauch. Zwanzig Tierhaut, die hab ich. Und Zwirn. Aber ich... Ich hab zehn Zwirn. Oder muss ich das Inventar haben? Boah, ich hab jetzt hier endlich... Hä? Das geht nicht. Boden. Ich krieg ja die Riese, das funktioniert nicht, obwohl ich zehn Zwirn hab. Nein! Ich hab doch noch... Oh, das ist gleich fertig. Das ist grad echt ein Problem, ne? Ich habe zehn Zwirn. Und trotzdem kann ich's nicht herstellen. Wieso nicht? Ähm, das muss doch... Das dauert doch ein bisschen, bis es fertig ist. Nein, nein. Ich kann's... Ich kann gar nicht auf herstellen klicken. Wieso nicht? Ah... Hast du's noch nicht gelernt, vielleicht? Doch, doch. Ich hab's vorher extra gelernt. Hast du's nicht gelernt, Junge? Ah, wo ist der Sack? Große Truhe. Ach, geil. Mal wieder Holz mit. Ich bin grad zu fett. Ich bin grad zu fett. Ich kann nichts tun. Ich bin grad zu fett. Ich war's tot. Oh, Fleck. Ich muss jetzt sagen... Ich bin zu dick. Ich kann grad nicht move'n. Ach, das hat... Das sagt die mit ihrer... Mit ihrer filigranen Figur. Ja. Ja, ja, so ist das auf der Welt. Ich hab jetzt Fettraube, die... Oh, ich hab noch Steine im Inventar. Die kannst du auch haben. Und dein. Drop. Rinde. Die dropp ich jetzt auch mal. Kann ich mich jetzt wieder bewegen? Nee, immer noch nicht. Tierhaut brauche ich jetzt auch nicht. Drop. Jetzt kann ich mich bewegen. Geil. Oh, die Tierhaut ist so schwer. Ja, Steinkindermin hier rein. Ich warte und warte, dass das Zeug fertig ist und kann, wenn das auch nix tun eigentlich. Ist ja langweilig. Ja, ich hab doch gehört, Mopsy. Autsch. Aua. Ich bin eine Lady. Man schlägt keine Lady. Das müssen die Männer von der anderen Seite auch noch lernen. Tja. Die holen wir uns. Irgendwann holen wir uns die. Die machen wir tot. Und rauben sie aus. Oder wir können sie versklaren, Azaris. Oh ja. Oh ja. Jetzt müssen wir sich auch... Und dann tun wir so ein Zaumzeug an sie ran und dann setzen wir uns so drauf und... Nein, die denken nicht falsch. Ach, Azaris, unsere erste Wand steht. Oh geil. Oh cool. Oh ist das Sonnenuntergang schön. Ich stehe jetzt hier. Sonnenuntergang. Oh Scree... Screenshot. Oh wunderschön. Oh geil. Wenn wir hier nicht festsitzen würden, wären wir wahrscheinlich Mod... Wären wir wahrscheinlich was? Model. Wunderschöne Model. Ja. Ja. Ich denke auch... Oh Gott. Ja cool. Vier. Die Oberweite ist wirklich etwas zu groß. Ja fein. Oh, das kann man nicht schlagen. Guck mal. Okay. Vergiss es. Doch nicht unzerstörbar. Das dauert ein bisschen, bis hier alles gecraftet ist. Ja, bei mir dauert es auch extrem lang grad. Ist das ein bisschen doof? Ah, ich hab Menschenfleisch. Geht, geht. Woher? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Na, Mama. Es wird langsam dunkel, gell? Ja. Ich würde gerne Fackel machen, aber ich hab keine Pole. Ich hab's extra so eingestellt, dass wir ein bisschen mehr vom Tag haben. Oh, ich kann eben helmsmäßige Fackel machen. Die kann ich herstellen, sehen. Zack, herstellen. Oh, Ruhe. Ah, ist die Wand jetzt fertig? Ja, geil. Zuflucht. Ah, nein. Wieder raus. Zuflucht. Ab in die Ecke. Zuflucht. Es gibt auch Krokodile und die sind alles andere als lieb. Ja, das sind in einem gewissen anderen Spiel auch nicht, wie wir aus Erfahrung wissen. Ja. Aber die sind hier echt übel. Eh. So, was nehmen wir jetzt mit? Was haben wir denn jetzt alles mitgenommen? Steine und Holz. Dann... Steine. Ich brauch Steine. Wo ist denn die Steine? Irgendwo. Weil ich hab vorne bei den Steinen welche getroppt und ich hab hier welche getroppt. Also ich hab überall welche getroppt. Lalalala. Muss überbrücken, dass ich grad nix tun kann. Lalalala. Oh, keine Aussau mehr. Scheiße. So. Dein Kack. Dann... Diese Klamotten herzustellen dauert Stunden. Stunden. Machen wir erstmal vier Fenster. Das möchte ich auch noch machen. Ich habe zehn Zwirn. Warum stellst du mir das nicht her? Warum sagst du mir jetzt, Zwirn wäre nicht vorhanden? Das ist besonderer Zwirn. So zwei verschiedene. Nee. Oh, edler Zwirn. So hält mir doch aus. Steine. Steine. Jetzt bin ich wieder zu dick wahrscheinlich. Oh ne, ich kann auch laufen. Du bist zu filigran wie eine Blume. Ja. Komm, komm, komm. Mal ausziehen den ganzen Schutt. Gute mal halt überall. Screenshots. Hä? Und wie kann ich mich jetzt hier wieder anziehen? Ach, Pflanzenfaser erforderlich. Oh, Pflanzenfaser erforderlich. Oh, Pflanzenfaser erforderlich. Oh, meine Haare leuchten lila. Deine auch. Oh, sie ist weg. Zu flot. Hä? Ach, was sind denn jetzt die Sachen? Zack. Wenn du deine Sachen ausziehst, sind die dann weg? Oh, schau mal. Da oben ist ein riesen... Riesenfeuer. Ja, das habe ich vorhin auch gesehen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, das macht mir immer noch ein bisschen Angst. Hände. Beine. Oh, oh. Hey, du da oben. Hallo. Oh, da wohnt bestimmt jemand. Das ist... Darum mache ich mir ein bisschen Sorgen. Oh, da auf der anderen Seite. Siehst du das Feuer? Was, wo? Die sind gar nicht so weit weg. Äh... Welche... Oh. Ja, die sind sehr nah. Ja. So, wir machen jetzt mal hier wieder eine Wand. Und auch. Ich brauche... Okay, jetzt brauche ich wieder 30 Steine. Ach, da bin ich doch... So, die Nacht ist sehr dumm. Ja. Deswegen warte ich ja darauf, dass meine Fackeln hergestellt werden. Aber die Klamotten herzustellen dauert ewig. Ich habe genug Steine. Ich muss sagen, Steine sammeln sind ziemlich flott da drin. Das finde ich cool. Guck mal, ich kann Lagerfeuer herstellen. Oh, ich kann Lagerfeuer herstellen. Aber es dauert eine ganze Weile. Was? Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Oh, ich sehe gar nichts. Oh Gott. Oh, Stern. Oh, Stern. Ja, ich kann es so nicht herstellen. Wow. Das ist in der... Es ist eingereiht hinter meinem Bett und 43 Zwirn. Cool, oder? In jeden Fall. Oh. Aber die Nacht dürfte nicht so lange sein. Ja, das hoffe ich. Weil sonst habe ich ein Problem. Ich sehe halt gar nichts mehr. Ich kann halt nichts mehr. Ich kann halt nichts mehr... Ich kann halt nichts mehr... Oh. Don't see anything. Please help. Please help. Please help. Oh. Die Fackeln brauchen halt eine ganze Weile, bis wir jetzt fertig sind. Ich habe jetzt noch zwei Blöden. Oh, ein Fenster. Ich sehe halt auch gar nichts. Aber es wird ja dann... Ich sehe halt auch nichts. Aber es muss ja dann einfach hier sein. Oh. Auslegeberäusche. Ich mache einfach gerade 10 Milliarden Screenshots, damit ich wenigstens irgendwas mache. Während ich warte. Ich brauche Stein und Holz. Ich habe gleich ein Bett, aber ich kann es nicht hinstellen. Weil, ähm... Naja, ich sehe nicht, wo ich es hinstelle. Oh. 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 Oh, sieht das schön aus hier. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt hier einfach mal die... Weil in der Nacht können wir eh nichts machen. Nee. Dann müssen wir sie jetzt beenden, sonst geht das echt nicht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.